Oh nein, die Spinne kommt immer näher, Leute. Zisch, zisch, ich bin die Ebenspinne. Bitte hab erbar mit mir, ich bin nur ne kleine, arme Biene. Ich komm nicht weg. Nein, bitte nicht. Es war einmal eine Biene. Halt einmal. Sie wünschte sich nicht sehen. Halt einfach einmal. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Bienensimulator. Das beste Spiel des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir letztes Mal stechen geblieben sind. Ach stimmt, wir müssen die Menschen aufhalten. Los geht's. Viele haben ja geschrieben, dass Bienen sterben, wenn sie stechen. Also das heißt, ich soll vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und nicht versuchen, Leute zu stechen. Attacke. Oh mein Gott, der Typ verkauft Donuts. Wie cool ist das denn? Ja, man sieht sich dann in drei Tagen. Kann ich, kann ich? Oh mein Gott. Das war ne verdammte Explosion. Boah. So, jetzt ist Schluss mit der Party. Ich glaube, ich hab ein neues Hobby gefunden. Was ist mit unserem Baum passiert? Die Menschen. Die Menschen haben seine Äste abgeschnitten. Wie können sie jetzt wagen? Jetzt, wo, 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 wo sind jetzt meine Freunde, meine, meine Familie, Thomas, Peter, Günther, Esmeralda, alle sind weg. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Junge, deine ganze Familie ist gestorben. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Es gibt keinen Bienenstock mehr. Die Menschen haben alles kaputt gemacht. Ich weiß, dass du ein sehr kleines Gehirn hast, aber das solltest auch du verstehen. Oh, ne, die sind alle draußen. Die leben noch. Oh, aber ich meine natürlich, wofür die Aufregung? Ihr könnt euch dieses Spiel übrigens auf Epic Games holen. Und falls ihr es euch holt, benutzt bitte den Code DOFIX mit drei U. Würde mir extrem helfen. Und ich bin gerade komplett falsch geflogen. Ich habe mich verflogen. Es gibt 20.000 Bienenarten auf der Welt. Die meisten von ihnen sind auch nicht beschrieben. Na gut, bei 20.000 Bienen ist wahrscheinlich die Tinte ausgegangen. Oh, hallo! Ich wünschte, jemand würde mich so begrüßen. Es würde meinen Tag machen. Nun, ich schätze, Arbeit ist wieder angesagt, dann... Arbeit, mhm, ja. Was gibt's denn da zu glotzen? Hä? Ich geb dir eins auf dein Siefmaul. Du Bastard. Ich soll vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und nicht versuchen, Leute zu stechen. Achtung, Achtung, Darmkontrolle, bitte kurz stillhalten. Ah, warte, warte, sie waren ja schon gestern dran. Nix für ungut, tschüss. Hier, der nächste, Darmkontrolle, bitte stillhalten. Oh, ist echt geräumiger hier drin, als ich dachte. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Hm, ja, ich habe Pollen gesammelt. Warte, ich habe einen Bug. Ich krabble, aber ich kann nicht mehr fliegen. Hilfe, Leute, ich stecke im Boden. Wow, ich kann sogar im Boden feststecken. Wie cool. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Und jetzt stecke ich bis zum Hals in der Scheiße. Gute Arbeit, ja. Aber wir brauchen noch mehr. Alter, dein Ernst? Ich kündige. Ich suche mir neuen Bienenstock. Hä? Was haben wir denn hier? Wer bist du, Harry Dionysse? Oh nein. Mein Eindringling. Wir sind im Untergang gewonnen. Nicht heute. Ich werde sie besiegen. Euer Honig wird mir gehören. Nein, nicht mein Honig. Wir sollen wieder sehen. Mach dich zum Kampf bereit. Okay. Oh Gott. Wow, was für eine Kombination, die ich hier machen muss. Boom. Nimm das, du Arschgeige. Wow. Ich werde aber richtig was auf die Pfanne bekommen. Au. Kacke. Der ist nicht schlecht. Wow, Uppercuts. Seht ihr diese Uppercuts? Wow. Oh, ho, ho. Ich finde es schön. Schwestern, greift an. Greift an, ja. Er lebt immer noch. Es ist noch nicht vorbei. Doch. Und so gingen die Tage vorbei. Und der Winter kam immer näher. Und die Bienen sind alle eingefroren und gestorben. Ende. Oh mein Gott, Leute. Achterbahn. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Hier, Entschuldigung, Sir. Ich setze mich mal. Nein. Hier. Nein. Ich würde mich gerne hinsetzen. Bitte, bitte lass mich doch auch. Mann, warum kann ich nicht mitfahren? Oh, hier, 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 hier. Okay. Ich komme. Wee, wee, wee. Hey. Hey, kannst du mir helfen? Kannst du mir... Nein. Und hier sind jetzt drei Bienen gefangen. Hallo? Ist da jemand? Oh mein Gott. Angriff. Du bist dran. Versuch zu entkommen. Oh mein Gott, was? Die Spinne kommt. Nein. Was ist das hier? Wie unfair ist das? Ich muss, wenn es grün wird, muss ich klicken. Oh shit. Wenn es grün wird, muss ich klicken. Oh mein Gott. Das ist wie in einem Horrorfilm, Leute. Nein. Ja. Ich bin raus. Und das Spinnennetz ist weg. Ich habe es kaputt gemacht. Wir sind gerade noch so der Spinne entkommen. Ui, ui, ui. Hier drüben. Bitte hilf mir. Ich komme. Bienchen, du fix. Rettet dich. Keine Sorge. Ich habe dich endlich gefunden, Pat. Pat. Ja, endlich Pat. Du brauchst keine Angst zu haben, Pat. Sei tapfer. Sei tapfer, Pat. Was soll das jetzt... Oh Gott, Pat, warum hast du gefurzt? Der Winter kam und mit ihm starben alle Bienchen. Aber hier im Bienenstock sind wir sicher und es ist warm. Nicht, wenn ich den Bienenstock in den Kühlschrank stelle. Und die kleinen Bienen starben einen Kältetod. Und wir drängen uns zusammen, um uns warm zu halten. Aber sie starben nicht. Was ist das für ein seltsames Licht? What? Vielleicht ist es ein WLAN für unser Bienenstock. Wir müssen es jagen, Leute. Ich will WLAN im Bienenstock. Komm her, WLAN. Nein, die Eule hat das WLAN geklaut. Nicht schon wieder. Komm her, WLAN. Du kannst nicht entkommen. Ich werde dich entschlüsseln. Oh nein. Ein Hacker. Du Arsch. Was fällt dir ein? Du bist bestimmt Russe. Ich fress jetzt deinen Muffin weg. Jetzt fangen sie an zu sägen. Super. Jetzt greifen sie an. Die Menschen greifen an. Du hast gerade gesagt, nö, nö, ist keine Gefahr. Ich gehe mich nicht verstecken. Ich will raus und kämpfen. Das Spiel lässt mich nicht kämpfen. Warum lässt mich das Spiel nicht kämpfen? Was ist eigentlich aus diesem Ei geschlüpft? Haben wir ein Dinosaurier im Bienenstock? Königin, Königin. Wir müssen ein neues Zuhause finden. Möge der Rückenwind euch helfen. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Falls ich mal Kinder habe, sage ich ihnen das beim ersten Schultag. Möge der Rückenwind euch helfen. Neue Mission. Flieg ins Bootshaus. Dort miete ich mir eine Yacht und fahre weg, Allah. Hey, du bist fleißig wie eine Biene, oder? Ernsthaft? Ernsthaft Spiel? Ich meine, ich mache dumme Witze, aber das war ja jetzt wirklich die Höhe. Wie alle erschrecken. Oh, das ist gut. Das ist ein gutes Gebet. No! Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott, wie perfekt. Dieser Ort ist riesig. Wir könnten die Bibliothek hier drüben errichten. Und da ist dann der Schlafplatz. Und da ist das Zimmer für die Kleinen. Und da ist die Küche. Und da ist das Badezimmer. Und dort ist der Ping-Pong-Tisch. Und dort mache ich meinen PC hin. Und mache meinen YouTube-Kanal weiter. Mein YouTube-Kanal heißt natürlich... Doggy Bee. Hey, wer bist du? Ich bin eine Biene. Was machst du da? Ich bestäume dich. Was ist hier denn eigentlich los? Warum hilft mir denn keiner? Diese Hitze ist anstrengend. Ich sollte wirklich auf der Wiese landen und im Gras warten. Oh je. Ach. Ich brauche... Ich brauche Gras. Ich muss ins Gras. Oh was? Nein. Und so starb die kleine Biene dann noch. Und überhitzt... Warte, warst du nicht gerade noch Winter? Nein. Eine Menschenhand. Oh, ich bin sowas von tot. Und so wurde die kleine Biene gekidnappt. Oha. Er gibt uns Zucker. Was für ein Ehrenmann. Hashtag Ehrenmann. Er rettet uns mit Zucker. Denn mit Zucker ist alles wieder super. Oh, geil. Oh, geil. Oh, ja. Oh Gott. Oh. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich hole mir jetzt einen neuen Skin, Leute. Hm. Aber wen soll ich mir holen? Das ist die Frage. Das sieht schon ziemlich cool aus. Es sehen alle ziemlich cool aus. Ich hole mir den, Digga. Oh mein Gott. Ich habe einen neuen Skin. Haha. Oh nein. Was? Was ist los? Terroristen. Terrornissen sind es. Was genau passiert hier? Machen die gerade eine Rave-Party? Oder was geht da ab? Zum Angriff, meinst du? Zum Angriff. Wir bereiten uns zum Angriff vor. Ich glaube, wir müssen die Feuerwehr rufen. Wessen die Feuerwehr rufen? Der Bienenstock brennt. Für die Leute, die das nicht verstehen. Man ruft die Feuerwehr normalerweise, um Bienenstöcke loszuwerden. Das ist ein ziemlich lustiger Gedanke, wenn du jetzt einfach die Feuerwehr anrufst und sagst, der Bienenstock brennt, löschen sie ihn. Vergeute jetzt keine Zeit mit Plaudern. Kannst du mal das Maul halten, Digga? Ich rette gerade die Kinder. Und was machst du? Diese Bienen werden wir töten. Ich habe die Macht. Das ist einfach ein Baum mitten im Park und sie sägen den ab, weil Bienen darin sind. Master, wir können diese Bienen nicht alle auf einmal ausschalten. Sie sind zu mächtig. Dann müssen wir eine andere Lösung finden. Und so endet die Geschichte. Die Bienen fanden ein neues Zuhause. Und schon bald, bald, bald kamen ganz viele neue Bienen in die Stadt und stachen die Menschen ab, bis sie ausstarben. Und dann war die ganze Welt voll mit Honig. Und so, Kinder, habe ich meinen Skin gewechselt. Jetzt bin ich die einzige lila Biene im ganzen Bienenstock. Wie cool ist das denn? Kaufen Sie jetzt den Bienen-Battle-Pass. So, Leute, das war's mit dem Bienen-Simulator. Das war das Ende. Ich kann abschließend sagen, es hat Spaß gemacht, auch wenn ich das Spiel ein bisschen kurz fand. Aber es hat auf jeden Fall gereicht für zwei Videos. Und das ist auch nicht schlecht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!